Wir führen die Gemeinschaft zur Frequenz. Wir müssen die Kräften anlegen. Haben Sie gut zu wünschen? Bestimmt nicht. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Der Zeitpunkt ist nah, wir sind in der Sputaten Welt. Alle erforderlichen Vorkehrungen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Für die Beseitigung meiner stofflichen Eberreste zu treiben. Aber Sie haben es doch selbst gehört und will nicht nachführen. Ich möchte aber nicht. Sonst haben wir Ihnen eine Chance verspielt. Das war der Leiche von der neuen Summonen-Banneroptik. Die spätere Abend bist du lieber die Gäste. Gönnscher. Macht Sie denn so sicher, dass Sie alliiert mit Ihnen verhandeln wollen? Ich darf den Verlusten, wenn ich auch noch bändig in die Hände fallen. Das ist der Leiche. Was haben Sie heute von einem erwarten, der weder rauf noch trinkt? Ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Seien Sie vorsichtig. Ich nehme den Gegenteil. Es ist besser, diese Dinge zu einem Sitzerschein. Das ist Landesverlass. Es ist mein Wille. Sie auch. Elektronstern völlig gestellt und erschossen. Das ist der Leiden. Der führt einen Gewaltschlack vor, was? Welchen Kräften mein Führer? Das sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Ich verbitte mir diesen Tor. Was? Das war ein Befehl! Der Angriff Stein, das war ein Befehl!